Gelbe Blüten, ein roter Baum. Warum hängen die Äpfel bloß so tief? Ich verstehe das nicht. Letztes Jahr habe ich extra Birnen ausgesetzt und angepflanzt und ich habe gewartet und es kam nichts und jetzt sind die ganzen Bienen da und fliegen und der Maulwurf und die gelben Blüten an dem rosa Baum und ich muss mich sehr wundern, weil die Feldarbeit, die bekam mein Vater nie sehr gut. Obwohl Frank Sinatra fast hätte ich ihn gehabt.